Konnichiwa Minasan! Ausländer haben es nicht immer einfach in Japan und viele verzweifeln nach ein paar Jahren oder einer gewissen Zeit hier sogar auch und gehen dann wieder zurück in ihr Land, weil sie sagen, ich habe genug von Japan und den Japanern, ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr. Und ich glaube, ein Grund, warum das passiert, ist, weil viele auch nicht so gut Japanisch lernen und dadurch, dass sie kein Japanisch können, viele Dinge hier in der Kultur, in der Gesellschaft und Japaner selbst natürlich auch, gar nicht so wirklich verstehen und auch gar nicht wissen, wie sie mit Japanern mehr in Kontakt treten können. Wenn man die Sprache kann, dann wird einem aber klar, wie das hier im Grunde funktioniert, denn all diese kulturellen und gesellschaftlichen Konzepte, nach denen die Japaner handeln oder wie sie sich verhalten, die sind im Grunde in der Sprache kodiert. Und wenn man die Sprache kann und weiß, wie man gewisse Dinge sagt, dann versteht man auch, wie man sich hier so ein bisschen verhalten muss. Denn Japanisch ist eine sehr, sehr kontextbezogene Sprache. Das heißt, es wird viel nicht explizit in den Sätzen gesagt. Man sagt Dinge nicht immer 100% und ganz genau, sondern viel wird aus der Atmosphäre einfach herausgelesen. Auf Deutsch würden wir sagen, man liest zwischen den Zeilen. Und das ist eigentlich die allerwichtigste Sache hier in Japan. Zwischen den Zeilen lesen. Und wie der gute Zen-Meister Muho, mit dem ich ja auch schon einige Videos gemacht habe, immer sagt, in Japan ist das Wichtige das Nicht-Gesagte. Also das, was die Japaner nicht sagen, das wollen sie einem eigentlich sagen. So könnte man es auch überspitzt formulieren. Und da ist auf jeden Fall eine Menge Wahrheit drin. Das heißt, man muss auch immer gucken, beobachten, was machen die Japaner, wie verhalten die sich und was wollen die einem mit ihrem Verhalten sagen. Nonverbale Kommunikation. Und da muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen das rauslesen. Und dann weiß man, was eigentlich gesagt werden soll. Und das steckt eben in der japanischen Sprache auch drin. Eine Sache, die ich da besonders schwer finde, sind die verschiedenen Höflichkeitsstufen, die natürlich dann auch in Hierarchien resultieren hier. Oder die mit den Hierarchien, die relativ stark in Japan noch sind, stark verbunden sind. Um ein einfaches Beispiel zu machen. In Deutschland gibt es Sie und Du. Und wir kennen das mit dem Duzen. In der Regel bietet man das Du an. In der Regel macht das auch eine ältere Person, so war es zumindest, glaube ich, mal früher, bietet der jüngeren Person dann das Du an und sagt, jo, du kannst Du zu mir sagen. Und ab da sagt man auch Du zueinander. In der Regel. Vorher haben aber beide Parteien Sie verwendet. Es ist nicht so, als würde der eine Sie sagen und der andere Du. Das passiert in der Regel nicht in Deutschland. Vielleicht in der Schule, ne, mit Kindern, dass die Lehrer einen duzen, aber man sieht die Lehrer. Ne, das ist aber so ein Schul-Setting. Wenn man dann aber im Erwachsenenleben ist, dann passiert das ja eigentlich nicht in Deutschland. Entweder man duzt oder man sieht's. In Japan ist es ein bisschen anders. In Japan gibt es erstmal nicht nur Du und Sie, sondern es gibt noch ein paar feinere Abstufungen dazwischen. Und es ist so, dass man in der Regel nach dem Du, in dem Sinne, so wie man das aus Deutschland kennt, gar nicht wirklich fragt. Sondern man weiß, dass wenn eine Person einen sozial höheren Rang hat. Ja, sozial höherer Rang kann zum Beispiel bedeuten, die Person ist älter als mein Selbst. Also ältere Personen in der Regel müssen respektiert werden und haben einen sozial höheren Rang. Aber auch Personen, die zum Beispiel was Tolles geleistet haben. Einen Professor, ne, einen Lehrer, einen Arzt oder so in der Regel sind auch erstmal vom Rang sozial höher, wenn man selbst nicht noch was noch Tolleres gemacht hat in seinem Leben. Oder im Firmen-Setting der Chef. Ja, der Vorgesetzte hat natürlich einen höheren Rang als man selbst. Aber auch die Senpais. Senpai ist jemand, der schon länger in der Firma arbeitet, in der Regel auch älter ist, muss aber nicht immer der Fall sein. Und da wird's dann auch schon so ein bisschen Grauzone und schwierig. Ab wann ist dann jemand ein Senpai, ne, wenn man selbst vielleicht zwei Jahre älter ist. Aber die Person, mit der man da redet, ist schon fünf Jahre länger in der Firma. Dann ist das in der Regel ein Senpai, den man Respekt zollen muss, auch wenn er ein bisschen jünger ist als man selbst. Also da überlappt sich das dann alles so ein bisschen, sodass es manchmal ein bisschen schwierig wird. Werden wir gleich auch noch sehen. Auf jeden Fall älteren Personen oder Personen, die einen sozial höheren Rang haben, mit denen redet man in der Regel in der sogenannten Des-Mass-Form. Also in der Höflichkeits-Form. Der standardmäßigen Höflichkeits-Form. Und je nachdem, wie sehr die Leute respektiert werden müssen, passt man dann diese Standard-Höflichkeits-Form nochmal an und wählt eventuell noch eine höhere. Kego zum Beispiel. Also wenn man mit dem Chef redet, dann redet man noch höflicher als standardhöflich. Aber andersrum, der Chef macht das nicht auch mit einem. Also es ist nicht diese gleiche Behandlung wie in Deutschland. Wenn er sieht, sieht sie ich auch. Sondern ich sieht sie den Chef hier in Japan sozusagen. Aber er redet mit mir per Du. Und da zeigt sich eben dann auch der Unterschied in der Hierarchie. Das kann man an der Sprache ablesen. Wenn man zwei Leute beobachtet und hört, wie die jeweils miteinander reden, kann man ablesen, wer von den beiden die höhere Position inne hat oder den höheren sozialen Rang in der Hierarchie und wer den niedrigeren hat. Oder ob die vielleicht beide auf dem gleichen Rang sind. Denn wenn man auf dem gleichen Rang ist, in der Regel redet man Umgangssprachen miteinander oder die standardmäßige Höflichkeits-Form. Oder wenn man jemanden gar nicht kennt. Also wenn ich jetzt zum Arzt gehe zum Beispiel. Weiß ich zwar, das ist ein Arzt. Der Arzt kennt mich aber nicht. Weiß natürlich nicht, was ich Tolles in meinem Leben gemacht habe, meinetwegen. Und da sieht man sich standardmäßig. Da benutzen beide die Desmas-Höflichkeits-Formen, weil man sich ja auch gar nicht so genau kennt. Man arbeitet nicht zusammen in einer Firma oder so. Auch im Service, wenn man irgendwo ist. Da hängt es ein bisschen davon ab, in welches Geschäft man geht. Wenn man zum Beispiel in Department-Stores geht, die ein bisschen mehr auf Prunk machen. So ein bisschen mehr höhere Qualität und teuer und so. Dann hauen die extrem höflich raus gegenüber dem Kunden. Weil als Kunde ist man natürlich König. Aber man würde dem gegenüber jetzt nicht dann die Umgangsform raushauen. Sondern man würde auch standardmäßig höflich antworten. Also ihr merkt schon, es gibt total viele Abstufungen. Und je nachdem, mit wem man redet, muss man seine Sprache im Grunde anpassen. Und das finde ich persönlich extrem schwierig. Vor allem als Japanisch-Lerner finde ich das extrem schwierig. Und am Anfang war es super, super schwierig. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Aber es gibt immer noch Situationen, in denen ich mir einfach unsicher bin. Jetzt fragt man sich aber natürlich, okay, ab wann geht man denn in die Umgangssprache über? Wie machen die Japaner das denn? Und das wissen die Japaner, habe ich das Gefühl, oft selber nicht so wirklich. Also auch wenn ich meine Frau zum Beispiel beobachte. Sie sagt dann manchmal, ja, lass einfache Umgangssprache verwenden. Und dann haben sie, wenn sie jemanden kennenlernt oder so, haben sie sich darauf geeinigt, die Umgangssprache zu verwenden. Aber sie sagt selber, manchmal ist das so ein bisschen komisch irgendwie. Ich bin noch nicht bereit für die Umgangssprache. Irgendwie verwende ich dann doch die normale Standardform, die höfliche oder das Gegenüber macht das. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Und es hat was auch damit zu tun, wie nah fühlt man sich der anderen Person? Also wie sehr denkt man, dass man eine enge Beziehung zur anderen Person hat? Bei Gleichaltrigen in der Regel in der Uni zum Beispiel, da wird einfach dann die Umgangsform rausgrauen. Das ist kein Problem. Bei Gleichaltrigen redet man aber wieder mit jemandem, der älter ist, wird in der Regel wieder die Höflichkeitsform rausgrauen. Und andersrum aber die Umgangsform. Also das Perdu sozusagen. Das heißt, es ist so eine Art Grauzone. Es gibt so einen fließenden Übergang zur Umgangsform, der irgendwann stattfindet. Wann genau der stattfindet, wie genau der stattfindet, ist aber nicht immer so ganz klar. Sondern das passiert wirklich so ein bisschen fließend. Mal fragt man, ja, lass mal die Umgangssprache jetzt benutzen. Mal passiert das einfach so, dass dann beide anfangen, die Umgangssprache zu verwenden oder einer den ersten Schritt macht, weil man sich so gut befreundet miteinander fühlt oder denkt, ja, wir haben schon so viel Zeit miteinander verbracht. Das ist jetzt mal angebracht, die normale Umgangssprache hier zu sprechen. Da ist es also so ein bisschen fließend. In der Firma ist das ganz klar geregelt. Mit dem Chef immer Höflichkeit. Und der Chef zu einem Perdu, das ist gar kein Problem. Das fand ich auch ganz interessant, als ich Japanern ein bisschen Deutschunterricht gegeben habe. Da war ich auch in Firmen und der eine von meinen Schülern hat immer mal wieder Anrufe bekommen während der Deutschstunde. Und manchmal hat er gesagt, gehe ich nicht dran. Manchmal hat er gesagt, gehe ich dran, weil da wohl irgendwas geklärt werden musste. Und da konnte ich alleine an dem, wie er spricht, auch immer ablesen, mit wem er redet. Ob er mit jemandem redet, also seinem Chef, der über ihm ist, oder ob er mit jemandem redet, den er leitet. Denn er war so ein bisschen in der Mitte von der Firma. Er war jetzt nicht der Superchef, er war aber auch nicht der ganz unten, sondern er war halt in der Mitte. Und das war super interessant. Du kannst alleine an der Art und Weise, wie sie reden, feststellen, also von der Sprache, von den Endungen der Verben zum Beispiel oder von den Wörtern, die verwendet werden, von dem Stil, wie sie reden, also nicht dem Inhalt an sich, sondern einfach der Form der Sprache, kannst du ablesen, ob sie mit jemandem reden, der sozial höher ist oder niedriger. Das finde ich persönlich super, super interessant. Als Ausländer werden einem natürlich eine Menge an Fehler verziehen, wenn man solche Fehler macht. Aber man sollte natürlich gucken, wenn man dann schon japanisch lernt, dass man mit der Zeit, und das braucht Zeit definitiv, das geht nicht von heute auf morgen. Man muss viel mit Japanen interagieren, man muss beobachten, was machen die in welcher Situation. Vielleicht auch mal nachfragen, jo, wie macht ihr das, habe ich auch gemacht. Und mit der Zeit entwickelt man so eine Art Gefühl. Gefühl, da sind wir wieder beim Gefühl, beim Kontext. In dieser Situation ist es jetzt angebracht, die und die Sprache zu verwenden. Aber man kommt halt immer auch in Situationen, in denen man sich nicht ganz sicher ist. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, die Japaner nervt das selbst auch so ein bisschen. Weil sie selbst nicht 100% wissen, was ist jetzt richtig. Vor allem Japaner, die sich fürs Ausland interessieren, und die auch gar nicht mehr so viel Bock auf Japan haben, da höre ich das auch immer wieder, dass sie sagen, ja, das mit den Hierarchien und den Höfigkeitsformen, ich verstehe auch gar nicht, warum ich das machen muss. Und das ist mir alles ein bisschen zu blöd. Ich will da ausbrechen. Und dann gehen sie ins Ausland und haben da natürlich ein bisschen mehr Freiheit. Wie aber jetzt schon die ganze Zeit gesagt, die Hierarchien hängen da natürlich auch stark mit drin. Das heißt, wenn man die Höflichkeitsformen kennt, wenn man Japanisch kennt, dann wird einem auch klar, wie stark hierarchisch strukturiert Japan eigentlich ist. Und dann wird einem auch klar, was diese Senpai-Kohai-Beziehung, was da alles noch mit drin steckt. Und warum in der Firma die Leute sich so verhalten, wie sie sich verhalten, dass sie extrem höflich zu einigen reden und zu anderen eher nicht, sondern casual und so. Das wird einem alles klar, wenn man Japanisch dann besser kann. Und ich denke, das ist wirklich eine Sache, die viele Ausländer hier auch zum Verzweifeln bringt, vor allem, wenn sie in Japan arbeiten, wenn sie in japanischen Firmen arbeiten, dass sie oft nicht verstehen, warum muss ich diese Hierarchien so stark jetzt eigentlich einhalten? Warum muss ich mit dem anders reden als mit dem? Was soll das denn überhaupt alles? Und ist das nicht, irgendwie haben die Japaner nicht so einen Stock im Arsch? Warum machen die das? Man sieht das ja auch in der Öffentlichkeit, wenn Geschenke ausgetauscht werden und so, auch da die Höflichkeitsform und alles. Das ist alles sehr zeremoniell, könnte man sagen. Das ist so ein bisschen Ritual auch. Ich persönlich finde das ganz gut. Ich mag das. Ich mag auch diese Idee eines Meisters. Das gibt es ja in Japan noch. Diese Idee, also jetzt nicht wie in Deutschland, nach der Ausbildung, wenn man dann die Ausbildung abgeschlossen hat, dass man dann einen Meister machen kann. Nicht in dem Sinne, ja, als Titel, sondern wirkliche Meister, wie hier dieses Sushi-Meister, die es noch gibt, die jahrzehntelang das Trainieren, ihre Lebensaufgabe da drin haben. Aber auch die Handwerksmeister gibt es in Deutschland wahrscheinlich auch ähnlich. Aber ich habe immer das Gefühl, die sind hier nochmal auf einem anderen Level. Und wenn man selbst zu so einer Art Meister werden möchte, muss man erstmal mindestens zehn Jahre wirklich dann da auch unter dem Meister lernen. verdient so gut wie nichts, muss sich dem Meister unterwerfen, alles machen, was der Meister sagt. Und dann ist sozusagen so ein kleiner Knecht, so eine Art Sklave für den Meister die zehn Jahre. Aber er formt ein, er bringt einem was bei und danach ist man bereit. So, und das ist eine Form, was glaube ich in Deutschland so gar nicht mehr existiert, weil die Leute dann direkt sagen würden, ja, aber das ist arbeitsschutzrechtlich nicht in Ordnung. Ja, du behandelst den ja da wie ein Sklaven, das ist nicht okay oder so. Aber in Japan gibt es das noch und in Japan ist es auch vollkommen okay. Oder wie man teilweise hier in buddhistischen Tempeln Schläge bekommt, je nachdem in welcher Richtung man unterwegs ist, was dann auch. Und die Leute sagen, du kannst hier sein, kannst dein Buddhismuszeug machen oder du kannst gehen. Ja, du musst nicht hier sein, du kannst gehen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Idee noch von Hierarchie und Unterwerfung und Lernen und so, die in Deutschland so in dem Sinne gar nicht mehr existiert. Mich persönlich hat das Ganze am Anfang auch ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil ich mir diese Höflichkeitsform auch nicht merken konnte und gedacht habe, ja, aber wie soll ich das denn alles lernen? Wie soll ich denn herausbekommen, wem gegenüber ich was benutzen soll? Aber dann während dem Auslandsjahr, das war wirklich ein sehr gutes Jahr in der Uni, da habe ich auch einen japanischen Lehrer kennengelernt, also einen angehenden Lehrer, der jetzt auch unterrichtet und der hat mir sehr, sehr viel auch, ja, erklärt. Und er war halt auch so, hatte großes Interesse an der japanischen Kultur, an sich auch und wollte die auch Ausländern vermitteln und der hat mir eine Menge, Menge vermittelt, eine Menge gezeigt und erklärt und das war einfach super, super interessant. Und da habe ich das auch zu schätzen gelernt, also ich finde, das hat was, das muss man mögen, glaube ich. Es gibt Leute, die sind da einfach nicht der Typ für, für diese Art von Hierarchien und so, aber ich mag das. Ich mag die Idee, dass man erstmal sich ein bisschen unterbuttert, dass man erstmal lernt, dass man jemandem Respekt, für mich ist Respekt auch sehr wichtig, ich mag Respekt, ich respektiere gerne Leute und finde, dass man auch Leute, die etwas geleistet haben, ja, dass man die auch in einer gewissen Art und Weise respektieren soll, weil man kann von denen definitiv etwas lernen. Nun gut, das soll es auch schon wieder gewesen sein, starke Hierarchien, Sprache, Kontextbezogenheit, das ist, glaube ich, der Nummer 1 Killer für Leute, die in Japan leben und dann hier nicht zurechtkommen. Sie haben dann ein gewisses Gefühl, sie haben eine gewisse Idee, ah, die japanische Gesellschaft, die sind blöd, ne, weil die Japaner, die sind nicht so offen und und und. Das Problem ist aber meist, denke ich, nicht, dass die Japaner nicht offen sind oder so, sondern, dass man selbst einfach nicht das Verständnis entwickelt hat für die Dinge, wie sie hier laufen oder dass selbst man vom Charakter her einfach nicht zu Japan und den Japanern passt. Das ist, glaube ich, wesentlich öfter das Problem. Denn die japanische Gesellschaft an sich ist eigentlich eine sehr, sehr offene, ja, ist eine sehr offene Gesellschaft, wenn man weiß, wie die Dinge hier funktionieren. Und damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie das funktioniert, versuche ich ja hier diese Videos zu machen und ich hoffe, die bringen euch auch was. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr über Japan erfahren wollt und dann hoffe ich natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Bye, bye.